Hallo vom Ferienhaus Becker. Heute nehme ich euch einfach mal mit in unsere Natur, gleich hinter unserem Hof. Wir haben eigene Feldwege und da wir uns sehr aufgrund spezialisieren, nehme ich euch doch einfach jetzt mal mit auf die verbotene Wiese. Das heißt, da dürfen nur unsere hauseigenen Gäste sein. Also, dann kommt mal mit. Wir fangen hier an. Ihr seht verschiedene Zonen, eingezäunte Büsche, Teiche, Wildwiesen, Feldwege und vieles mehr. Da darf euer Hund natürlich auch laufen, so wie er es möchte. Und was ich so schön finde, wir Hundebesitzer können in dieser Dreiviertelstunde einfach mal so chillen. Und der Hund kann laufen und ist nachher total tiefenentspannend. Und er hat ja so viele Gerüche aufgenommen, die muss er natürlich auch erstmal verarbeiten. Also, ich finde hier darf Hund Hund sein. Vielleicht hat euch dieses kleine Video gefallen. Wir haben auch auf dem Ferienhof direkt drei eingezäunte Wohnungen. Da ich aber zurzeit da nicht hinkomme, weil die vermietet sind, kann ich euch heute erst auf die Wildwiese einladen. Viel Spaß beim Rundgang. Euer Ferienhof Becker von der Insel Fehmarn. Strände sind rundherum. Auch das Video wird nochmal fallen. Das Video wird nochmal von der Insel Fehmarn. Untertitelung des ZDF, 2020